Ein bevorstehendes Update. So irgendwann kommt, wenn wir Zeit und Lüste planen haben. Wow, das hat ja voll funktioniert. Ja du brauchst jetzt eigentlich nur... Ah ja wunderbar, du brauchst jetzt nur hier runter kommen. Zack. Das Portal. Wunderbar. Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt? Menschen. Guck mal, die Kamera folgt dich und nicht mich. Guck mal. Oh Gott, das will nicht für mich zusammensprungen. Ich hau ab. Bleib weg. Geh du jetzt mal hin. Ja guck mal, die ist voll auf die Fonds sicher. Jetzt laufen wir ja durch die Gegend. Das darf nicht wahr sein. Könnte das halt hier hackern nur auf dich. Du blöde, dumme, dämliche Kamera. Du blöde, dumme, dämliche Kamera. Ja, ich sehe das du denkst. Ich drücke immer nach rechts. So. Das wäre geschafft. Wie deine Apture-Level-Maparatories. Heißt das, wenn schon. Ja schon. Ich würde immer eher interessierenden Style umgehen. Naja. Das werden wir hoffentlich nie erfahren. Oder in einem anderen Letzten-Level. Wer weiß. Das. Genau. Das werden wir sehen. So, jetzt siehst du mal aus, was das Ei besteht. Der Peabody. Ja. Ich finde die Kugel viel besser. Ja. Die Kugel rollt, aber wenn du sie in den Hand stellst. Das Ei. Das ist dein Selbstvertrauen umzureichend. Ich denke da niemand von Anfang an. Ja schon. Ja. Man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap über... Alter. Also das gefällt mir auch wieder nicht. Wieder mal mit gefallenes Symbole allgemein. Die deuten immer auf was böse sind. Der Humor, du spielst, ist schon irgendwie böse. Also. Naja. So. Ich lau' jetzt ab und mal ganz dumm durch die Kiege. Das tust du doch immer. Also. Wow. Wow. Alter. Guck mal. Komm pass mal auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Nein. Gerade eben hat es geklappt. Doppelsprung. Alter. Also. Ich bin wahnsinnig fasziniert davon, was Matze so einfällt, wenn ihm langweilig ist. Das ist doch Wahnsinn. Also. Jetzt gucken wir mal wie wir da vorankommen. Da kann man durch. Das ist wieder so eine komische Plattform, wo ein Würfel reinkommt. Das sieht man deutlich. Da oben ist eine Tür offen. Wo kriegen wir denn die Würfel ab? Ja. Äh. Komm mal. Ähm. Machen wir mal da unten im Portal. Da unten im Portal. Da unten im Portal. Da unten im Portal. Ja. 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 Da unten im Portal. Ja. 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 jetzt probier's an. Zack. So und. Zack. Du bist da oben und da oben ist die. Jawoll. Da ist noch. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert wenn du das betätigst? Was passiert was? Da fliegt ein Würfel. Ja cool. Na ja. Pim. Nein. Hat ihn gefangen. Gut. Schön und gut. Wahnsinn. Geil. Toll. Wie komm ich jetzt dein? Kannst du von da oben aus hier die zwei Portale da setzen, oder? Geht das? Klar. Na geil. Dann muss ich ja nur wieder zurückgehen. Zack. Zack. So. Ich hab da jetzt keinen Trick mehr. So jetzt. Was hast du noch? Wunderbar. 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 Schön. Was machen. Schön. Okay jetzt verfolgt die Kammer an mich. Was? Wieso? Jetzt verfolgt sie mich. Aha. Nicht der erste war wo er hingekommen ist. Jetzt schau sie dich wieder an. Sie will halt den RULE DANCING. So wie ist man halt. Sie will glaub'n Date mit mir. Kamera. Ähm. Äh ja. Kaum läuft man in einen Raum rein schon sieht man wie Matze da durch die Gegend fliegt und gegen die Wand prescht. Ich glaub' ich weiß das wir hier machen müssen. Sicher. Ich guck jetzt einfach mal hinterher. Da würd ich dich bringen. Warum? Wir finden es jetzt hier an der Endverscheibe. Nein ich hab' gefolgt. Nein. Na ja. Schön. Wir können das jetzt jahrelang so machen. Ich hab' ich muss sagen es macht doch ganz schön Bock. Hier. Ähm. Was mich das hier aus der Luft. So scheiße. Tja. Hä die gibt mal was. Aha. Sehr gut. Du musst also einem Würfel entgegen. Springen sozusagen. Oh ich betätige jetzt mal. Das ist wahrscheinlich zu früh. Das ist gar nicht hingeguckt. So jetzt nochmal. Ah das ist schluss. Scheiße das Timing war richtig konnten schlecht. Das war zu spät. Alles läuft wunderbar. Das war jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Yes. Und? Ja. So. So. Man lege den Würfel da drauf. Damit wir da weiter... So wunderbar. Weiter geht's. So jetzt erstmal Scherestein Papier. Wo bist du denn? Ich will das wieder mal klappen machen. Jetzt komm her. Komm 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 komm. Komm jetzt. Nimm doch den Würfel. einfach gerade gewinn ich andauernd noch mal gerade andauert jetzt verliere ich hab's gewusst kann vorausschauen seine abgabe ist nur du kommt auch mal vor dass eine serie leider reist eine serie eine erfolgsserie reist was hast du jetzt verstanden nichts vergiss es einfach ist vielleicht doch das wer weiß was er sonst entgegen hat braucht ihr etwas aufweist noch eins vielleicht namens von acht meine fresse sind wir schnell entwicklung unglaublich eingestellt wird es gerade mal zum ersten mal ich muss ganz ehrlich sagen dass die rätsel bis jetzt auch eher einigermaßen ja ja also da geht deutlich mehr und ich bin mir auch sehr sehr sicher dass sich das deutlich noch steigert wird also das was bis jetzt so sich da entwickelt hat eigentlich schon witzig erklärt also oder rede da gerade irgendwie so gegen versucht gegen die kamera zu reden und du sprichst er wie die gegenwand also wahn bau 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 ja das probierst du denn da die zeit wird schlagen ja gut ok ich sehe hier zwei drüben ein gedanke so wie immer ich mach jetzt mal kurz ein timer oh mein gott das ist nicht der tradition zu langsam sprichst mal ich steh nicht hinterher ich bin gerade einfach nur auf den countdown losgegangen moment mal moment mal moment mal hier kann man ein portal hinsetzen soll man besser gesagt hinsetzen ist so gedacht jetzt setz ich mal da ein sind ja ja so ist das gedacht ok countdown setzen ok scheiße ich war zu hoch miss was verstehst du ich stehe auf dem knopf drauf ey alter also liebe leute wenn ihr das sieht ohne witz das ist doch ich glaube das hat da auch selten jetzt einer hingekriegt dass er oben bleibt das sieht voll spektakulär aus na gut versuch zu dir machen also noch mal timer und action so jetzt wo also ich weiß nicht irgendwie das sieht so harmlos aus wo ok so harmlos wie es aussieht umso gefährlicher wird es geht es weiter scheiße es geht immer ganz langsam weiter geht zurück matze nein geht zurück ich will da drin ich will da drin nicht sterren warte mal ich bleib da mal au ja gut ich wollte sowieso mal guck mal wie die einzelne kugel da noch rup naja jetzt haben wir gelacht ey guck mal wo der würfel liegt das ist ja nicht mal kunst das ist echt guck mal wie der liegt wieso ist das kunst wie der liegt jetzt lass uns erstmal was einfallen da ist ein knopf super wie soll ich jetzt da hinkommen bitte ja das geht eben das weiß ich jetzt schon gut also wenn du schon weitermachst gehst du sogar noch drauf fällt nicht mehr viel alter guck mal du willst mich jetzt verarschen oder du lebst noch ich lebe und tötest mich fast alter guck mal wenn ich mich duck bin ich bin ich unter dieser plattform und lebe noch weiter alter ey was mir für Sachen rausfinden aber das bringt halt nichts ne wenn du geduckt bist du sollst aufhören mich zu brützeln doch das bringt was nein das bringt nichts du machst das das sieht jetzt nicht deiner aus doch